So, jetzt ist Freunde, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, Simon's Gritschwert. Freunde, beim Spiel Frankfurt gegen Reuter führt, ist es zu einem Unfall gekommen. Meier Höfer hat sich dabei, ich weiß nicht, ganz genau seinen Fuß verdreht. Wie ihr da sehen könnt, richtig schlimm verletzt. Wir wünschen natürlich an dieser Stelle ihm natürlich alles, alles Gute. Er würde natürlich gleich da gut versorgt, muss man an dieser Stelle sagen. Aber es ist schon heftig, so einen Unfall hat er, das muss man wirklich sagen. Also so ein Foul ist schon echt heftig, auch wenn das vielleicht nicht mit Absicht passiert ist eben halt. Aber trotzdem kann man da immer nur auf die Vernunft natürlich halt eben halt aktualisieren und sagen, doch vielleicht doch mal eine Blutgrätsche weniger oder nicht. Was sagt ihr dazu? Ja, an dieser Stelle wirklich nochmal alles, alles Gute nochmal nach Reuter führt. Besonders führt, dass es sie schnell wieder besser geht und dass er natürlich zu seinem Team natürlich wieder zurückstellt. Diesen kann man natürlich abonnieren, dass du immer gleich alle Infos zu solchen Themen natürlich auch bekommst. Bis dann, alles Gute.